du hast gerade ein level abbekommen bei dem waffensystem dann zwei drittel der salve daneben schon mal ein drittel besser nicht wirklich gut angeschlagen schießt auf den antrieb dass er nicht wegkommt und weg 23 schott und er hat eine station bewacht wo schrott drin war und hallmissiles zeig mal das zeug braucht zwei power requires missile schild piercing 5 feuer chance low breach ans los dann chance low doppelten schaden an systemlosen räumen also vier schaden ich glaube das ding würde ich auch verticken allgemein bräuchten wir mal raketenwerfer der rakete noch benutzen können weil wenn sie einfach nur hier in unserem cargo rumhocken sind sie sinnlos außer finden durch ganz viel glück noch mal so ein händler wie im vorletzten leben glaube ich die ganze raketen abkaufen wollte ja aber auch so finden ist immer super alles okay ja das okay das okay springen ist der sektor wir hätten noch ein abandon sektor oder wir hätten ein nebulus nebula beim sektor haus teil sektor ich glaube ich gehe lieber hier unten lang hier sind schön viele zivilien sektoren da kann man zwar nicht ganz so viel geld machen was ein ticken sicherer und wir haben nicht so viele ship upgrades in letzter zeit gemacht also ja wir fliegen jetzt zum anschauen nebula danach zivilien danach zivilien danach zivilien danach zivilien danach boss und wir haben genau schrott das heißt ich upgrade jetzt schon mal wo erst mal die karte gut ich habe jetzt schon mal mein power bar denn es gibt recht häufig nebulas die energie abzwacken dann ist es echt praktisch ein bisschen mehr zu haben um überhaupt schießen zu können oder schilder aufrecht zu halten das soll ja doch recht praktisch seine kampfsituation also springen wilder zick zack kurs incoming treibstoff stimmt wir brauchen treibstoff und ein auto surveiller der eine station bewacht angriff was in schule mein kontrolt nein unser stein wurde mein kontrolt sehr kurios schießt mal auf das mein schießt mal lieber auf die waffensysteme ist nämlich viel zu viel hier drauf kam schießt schnell die waffensysteme sehr gut irgendwas hat irgendwo gemacht ganz ruhig bist du immer noch mein kontrolt nein du reparierst deinen eigenen schaden das machst du hoffentlich schnell aber wir müssen gleich schießen glaube ich aktiviere gleich mal den chain laser sonst kommen die schilder nicht durch moment mal mit zwei schüssen kommen wir eh nie durch die schilder durch börse laser aktivieren so was wieder geht börse laser aktiv unsere schilde halten wir brauchen echt was in der hinterhand für solche situation was war das unser pilot also nicht so schlimm schießen die waffen schießt auf die waffen jetzt sind alle waffen aktiv nein hüllenbruch für ein hüllenbruch und sehr gut eine waffe ausgeschaltet bombe beim mentis du hilf mal kurz beim feuerlöschen bitte eine waffe deaktiviert gleich kommt unser artillery beam du schön wieder auf den posten zurück sonst können wir nicht ausweichen und unser mentis dreht durch auf der krankenstation das ist vollkommen okay die ist eh nur prophylaktisch schießt weiter auf die waffen und kaputt das war schon sacken härter aber 21 schrott plus station wo wir ein hull smasher laser mark 2 finden und 17 schrott sehr gut was macht denn der hull smasher laser mark 2 braucht drei power schießt dreimal macht doppelten schaden an systemlosen räumen ich denke der wird verkauft die beiden sind toller akzeptieren wir haben langsam keinen platz mehr wir sollten wirklich bald was davon verkaufen sonst können wir keine beute finden obwohl doch die kann einfach in cargo geschmissen werden schiff upgraden ja nein wir haben 56 schrott ich glaube den beweis immer auf für den fall dass wir bei einem trade station irgendwas ganz tolles finden wobei wir brauchen jetzt eigentlich langsam entweder noch ein upgrade beim artillery beam oder weapon control das wären 60 punkte beim weapon control plus zwei energy bars aus 50 für also 110 das habe ich und das ist ein shop hier fliegen noch einmal zick zack ja wir sollen nicht mehr so viel zick zack fliegen wegen treibstoff aber wir müssen zick zack fliegen sonst kriegen wir nicht genug schrott und leute zusammen also wir fliegen jetzt dahin dahin dann zum store kaufen alles an treibstoff auf was da ist und gucken was noch so schön dass da ist und dann müssen wir einfach glück haben dass wir unterwegs irgendwie treibstoff bekommen so eine lade station wäre ich super in tru das on board pause und wir haben vergessen so leute zu heilen wo geschossen nach hier hinten okay hauen 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 also das brauchen wir jetzt gar nicht mehr dankeschön die zwei mentis müssten das eigentlich alles schaffen wir haben hier einen schadensbonus und hier sieht gut aus und gibt erfahrungspunkte für die zurück zur krankenstation die ist auch aktiv richtig du geh mal reparieren und ja der könnte schneller aber so han solo müsste auch gleich mal geheilt werden dann macht das doch jetzt mal du gehst doch reparieren joe geht wieder zurück im triebwerk du bleibst da du gehst dahin du machst es zu ende 56 schrott man brachte jetzt nur ein bisschen erfahrungspunkte joe ist ganz leicht angeschlagen das passt schon so springt dahin man sah ein ganz kleines bisschen die flotte und hier bräuchten wir jetzt den long range scanner wir versuchen trotzdem mal sie zu verfolgen und wir finden ein nick me noch ein mentis sehr schön damit steht unser security team speichern jump jetzt zum store hallo store wir hätten gerne all deinen treibstoff da ist noch so ein chain laser sell dich würden wir gerne verkaufen und dich sicher ja sicher so da hätten wir gerne nicht noch mehr crew davon haben wir schon genug defense scrambler prevents enemy drone defense drones vom tag den händel singen nö cloaking nö clone bay nö nö mind control ah ja schon schick dann könnten wir einen kontrollieren und auf die eigenen schilde hauen lassen vor allem braucht das keine ressourcen richtig ich glaube das mache ich sogar mal obwohl die anderen werden auf mich auf aufschlagen und das steht doch nicht wie lange das hält okay erstmal alles reparieren dann einen treibstoff kaufen hätten wir noch geld aber das bräuchten wir eigentlich für vier upgrades also nee close wir hätten jetzt gerne also ich hätte richtig gerne den chain laser problem ist und dann kriegen wir kein achievement also müssten wir den tillery beam aufstufen für 50 und dann noch ein power bar bei 75 der schießt dann alle 30 sekunden das geht schon das ist schon ordentlich schild bräuchte allerdings auch bald das wären aber 100 punkte und nochmal zwei power bars was wir ausweichen wir eigentlich auch nicht schlecht brauchen viel zu viel ja komm da wir noch nicht so viele blaue events hatten baue ich jetzt so ich versuche jetzt den tilly beam achievement zu bekommen also einfach nicht weapon controller aufstufen das heißt wir upgraden dich jetzt upgraden dich jetzt und das war's so schießt jetzt alle 30 sekunden unser burst laser schießt alle das geht also burst laser schießt zweimal und bevor er zum dritten mal schießt kommt denn schon unser tillery beam jump wir würden gerne also treibstoff haben wir wirklich alles aufgekauft ja wir haben zehn stück ist immer so viel wir brauchen noch irgendwo unterwegs eine ladestation oder noch ein store oder was auch immer ein black market trader diesen garstig das wissen wir zwei schild punkte aber wir haben gerade voll repariert angreifen wow was zur halle ist das das sieht aus wie ein vierfach burst was war das in schule detektet wo geht mal darunter hauen auf irgendwas wichtiges ein da schule detektet so die killer waffe wurde schon mal direkt wird das ist gut da wurden bombe hingebracht das ist nicht so gut weil es das sauerstoff ding ist und reparieren mal weiter auf die waffen schießen bitte genau waffen angeschlagen ihr beide in die kranken station zurück zu den schilden bombe im triebwerk hat also wie bieten sollten auf die schilde versuchen zu knacken bombe na treffen echt alles nicht pausieren so du hilf bei den waffen schule detektet wo ist denn schule ich sehe nichts angeschlagen ist versuchen zu fliehen sie wollen sich ergeben vier treibstoff drei raketen 17 scrap das ok und den schule das weg ja wir haben komischerweise keine hüllschaden bekommen obwohl mehrere bomben an bord explodiert sind aber die waren wohl alle nur auf unsere systeme gerichtet ok das heißt du musst zur kranken station ihr müsst mal kurz weg du kannst wieder zurück zu den schilden du musst auch zur kranken station du musst auch zur kranken station du lernst uns etwas han kannst zurück zum steuer ding waffen bitte aktivieren danke mann 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 das heißt den chain laser was machen wir damit wenn wir jetzt die weapon upgrades nicht upgraden wollen wegen dem achievement können wir den auch verkaufen hier muss man mal genauer angucken erstmal alle zurück auf ihre posten ship equipment so du schießt alle zwölf sekunden der schießt auf maximaler feuerrate alle sieben sekunden was fast 50 prozent schneller ist als der andere schießt allerdings nur zwei schuss das heißt wenn der gegner ein zweier schild hat kommt das ding niemals dadurch der burst laser kann durchkommen ja damit wäre es eigentlich geregelt wir brauchen den chain laser gar nicht also jedenfalls bis sektor 5 wir können ja bis sektor 5 aufbewahren dann in achievement bekommen und dann weapon upgrades hochbekommen na gut ähm alle sind in ihren posten fast alle sind geheilt joe fehlen 5 punkte das ist Wayne gut jump dahin und mann das ist so old waffen bitte du hast nämlich nur einen schildpunkt oh intruder beim captain raus hier du Rainer und waffen angeschlagen intruder zurückgeschlagen so äh sauerstoff repariert doch bitte mal ihr beiden auch wenn ihr schlecht seid den sauerstoff das wäre echt toll wir schießen weiter auf die schilder weil wir keinen schaden nehmen wollen sehr gut pio 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 schilder kaputt und der ist gleich kaputt ihr heilt euch und gewonnen und gewonnen schilder schilder schilder